Das Auto ist so groß! Mama, was da die Natur wäre? Ich weiß nicht. Guck mal! Es ist auch wieder automatisch. Mein Wolfel! Guck mal hinten! Für uns ist es zu klein, Niki, Timo. Ich hole also das Wolfel aus. Ja, wenn du groß bist, du kannst... Das ist ein Volvo XC30. Nikis Lieblingsauto. Das ist mein Wolfelskumpel. Das ist mein Wolfelskumpel. Hey, der ist anders aus, mein Motor. Ja, ist aber auch ein Supermotor. Wie kostet der jetzt? Wann ist der da? 36.000. 36.000? 36.000. 38.000 stretched in den Tohnen? 37.000. 35.000. 64.000. BekämpfNewлушай, dass dieタastisch ansch pizziert ist. 46.000am